Unser Kursleiter-Team stellt eine Besonderheit dar. Man kennt Repetitoren, klassisch als Anwälte, die in ihren Kanzleien arbeiten und sich dann vielleicht einen Vormittag für Unterricht freihalten. Manche investieren da auch mehr Zeit, bieten aber regelmäßig auch mehrere Rechtsgebiete an oder sind gar komplett als Einzelkämpfer tätig. Wir sind da komplett anders aufgestellt. Wir sind allesamt hauptberufliche Repetitorin. Wir machen also nichts anderes, als Sie auf Ihr Examen vorzubereiten. Daneben betreuen wir jeweils ein Rechtsgebiet. Sie wissen also von Anfang an, wen Sie vor sich haben und wer Sie auf diesem jeweiligen Rechtsgebiet komplett durch Ihre Examensvorbereitung begleiten will. Dadurch sind wir auch allesamt Experten in unseren Rechtsgebieten. Das bedeutet, Sie können verlangen, dass wir beispielsweise jede aktuelle Entscheidung gelesen haben oder eben auch auf Ihre individuellen Fragen eingehen können und Ihnen Rede und Antwort stehen. Das ist unser Anspruch an Professionalität. Durch unsere über die Jahre erworbene didaktische Kompetenz müssen wir außerdem von vornherein in welchen Bereichen häufig Verständnisprobleme auftauchen oder an welchen Stellen unsere Kursteilnehmenden häufig Probleme haben und können von vornherein darauf eingehen. Zusammen mit der Möglichkeit uns Fragen zu stellen, ist da ein Lernzuwachs garantiert. Unser auf die Kursgebiete zugeschnittenes Kursleiter-Team ist die erste Säule unseres Erfolgs.